Boah, der Typ nervt, der dreht mich so auf. Er regt mich. Alter. Ernsthaft? So ein fucking SUV? So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Watch Dogs. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir sind auch wieder mal, wie wir es kennen, unterwegs zur nächsten Kampagne. Vielleicht auch eine der letzten Kampagnenmissionen, man weiß es nicht. In der letzten Folge, falls ihr sie nicht gesehen haben solltet, haben wir im Endeffekt ja Lucky Quinn ausgeschaltet über seinen Herzschutzmacher und haben leider Gottes auch Clara verloren, die bei einem Angriff, der von Damien inszeniert wurde, auf dem Friedhof, ja, dort wurde sie gekillt. Und ja, jetzt waren Aedens letzte Worte, dass er dem allen ein Ende setzen will. Und ich bin gespannt, wie es jetzt gerade weitergeht. Nehmen wir euch gerade mit dorthin. Und dann wissen wir hoffentlich gleich mehr. Die Karre kommt mir gerade irgendwie ein bisschen unbekannt vor. Bin ich die schon mal gefahren? Ja gut, so heile habe ich sie wahrscheinlich noch nicht gehabt. Das ändert sich aber bestimmt auch gleich wieder. Sag ich ja. Dazwischen passe ich durch. Wuhu. Und 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 und. Und nochmal. Wieder ein Wecke-Crash. Ach ja, ich muss jetzt zum Bunker. Muss gleich aufpassen, dass ich natürlich nicht ins Wasser fahre und die Brücke gleich nochmal betätige. Ja, ab geht's. Sind wir auch schon gleich da. So, okay. Die Mission heißt, trotzdem verlierst du manchmal. Das hört sich ja nicht so gut an. Ja, da habt ihr es gehört. Das waren wir mit dem Herzinfarkt natürlich. Genau, lauf mal. Wir haben es ja nun nicht... Wo hängt der jetzt rum? Was hast du vor, Eden? Weih mich mal ein. Das ist doch okay, wenn ich mich hier ein bisschen bediene. Ich dachte, damit wären wir. Quit. Ja, klar, natürlich. Nimm, was du willst. Bald werde ich den Atem der Fix am Nacken spüren. Ich hab' gar nicht gewusst, dass Rose tot ist. Sie wäre besser untergetaucht. Es gibt kein Beweis, dass Blumy ihren Tod arrangierte. Ach, Eden. Du weißt nicht, dass ihr es nicht war. Weißt du, ich hab' viel gesehen, das nicht aufgeht. Krumme Geschäfte, Wahlbetrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Doch Rose ist tot. Programmierten sie das? Und ich weiß echt nicht, wie und warum. Aber der Code ist gefährlich. Es geht um... Ich konnte nicht viel damit anfangen. Ich hab' nur Bell irgendwas bestanden. Oh, na. Das wollte er also. Verbrenn diesen Code, Mann. Der Rest, naja, geht mich nicht so an, was du damit machst. Weißt du was, Eden? Das mit Clara, tut mir leid. Mir auch. Ist alles scheiße, egal wie man das auch nimmt. Pass auf, Eden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Wo in diesem Moment mehrere Blumenmanager zu einer Reihe sechs Videos befragt werden, die sich wirklich online stellen, die Teile von seinen Kunden abholen, obwohl das Gesicht der Polizisten und der Wienkern kamen außerhalb der USA, sieht man ihre Dienstnummer. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DeadSec den Bürgermeister bloß stellen will. Nach allem, was wir erlitten haben, gibst du einfach alles weg? Was hast du getan? Bist du irre? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Niki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Held in der Sache? Lies mal die Zeitung! Du terrorisierst die Stadt! Du mit einem aufgeblasenen Scheiß! Dann komm halt! Komm und hol mich! Bring es zu Ende! Oh, aber eine Sache habe ich vergessen. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Show erleben. System CTOS. O-M- O-M- Error. In life command. Error. Okay, hier scheint es jetzt da loszugehen. Da ist mein Ziel. Damien, du kriegst jetzt aufs Fressbrett. Error. Wehe, die Brücke ist jetzt wieder. Wehe, die Brücke ist jetzt wieder. Ja, geht doch. Ruft jetzt schon wieder an? T-Bone. Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet, bis das Licht ausging. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zug an. Nur über meine Leiche. Ich lasse mein CTOS-Baby nicht von so einem Durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstätte, die er nicht kennt. Geh dort hin und fahr es runter. Solltest du den Spritz so schnell und sauber beenden. Ich rufe an, wenn ich drin bin. Schön, dass du zurück bist. Ich mach mich gern nützlich. Zurück bist. War der weg? Alter, mein Gott, hat er Langeweile. War es ein Spacken, äh. Na ja, uuuh. CTOS. Ein Wunder des menschlichen Erfindergeistes. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frag mich, was Bloom zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ganz sicher. Hacker? Ach, Quatsch. Unser CTOS ist das Fortschrittlichste. Blabidi-blabla-blabla-blabla. Hybris, Atom. Ich mach deinen immer fertig. Aber das kennst du jetzt, Herr Knügel, stimmt? Ich bin jetzt leicht verwirrt, wo ich hier langkomme. Ah, da. Der will mich echt loswerden, der kleine Sack. Er, ich bin jetzt nicht loswerden. Er, wir haben zu einem Rzeuge. Zier, kommen wir mal. Oh, ich bin jetzt nicht loswerden, oder? Oh, ich bin jetzt drin. Oh. Oh. Oh, ich bin jetzt loswerden. Oh. Oh, ich bin jetzt loswerden. oh man ich will nicht ich komme nicht durch die feier vielleicht hat T-Bone eine Idee er hat uns ausgesperrt ich muss ihn schnell ausschalten ach was scheiße wenn wir es nicht tun sterben Menschen was ist es das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden als Sicherheitsventil des CTOS ich habe einen ganz reizenden Virus wirklich böser Schweinehund du musst ihn von drei separaten Orten installieren er schaltet einen Mann aus das ist sicher das kann hässlich werden du hast ja keine Ahnung Amigo melde dich wenn sie installiert sind wir machen das richtig so erstes Ziel dort hinten der geht uns jetzt natürlich weiterhin auf den Sack hier mit seinem ganzen Scheiß Halt die Fresse ja ja boah scheiße wer weiß was ich in dem Zustand tun werde komm Aiden beeindruckle mich was wirst du jetzt tun bring mich in Stahlbrand na los du bist doch besser ey mir manipuliert die Navigation er versucht mich zu bremsen konzentrier dich nur auf einen auf an alle eine Hochleistungspatronie ist auf dem Weg zu seinem Standort Sieht aus als hättest du deine Herrkappe auch gar nicht gebraucht an diesem Hausrand an halten Sie das Wassergang sofort Vorsicht mach hin ich muss ja gleich weiter zwar jetzt ich bin beim Eindruck was war das irgendein Virus du hast dich mit dieser Hacker-Sache ganz schön angefreundet hör doch aufreden du verstehst doch gar nicht was ich hier tue na klar so schnatzig ach verstehe nein nicht verstören vertrippeln damit jeder spürt wie es ist wenn einem die Zukunft genommen wird und für dich spare ich das Beste aufpassen der ist noch nicht mehr sauber der Typ wer will denn keine Smart City wir haben gleich eine neue Karre jetzt kommen die Bullen wieder okay die Bullen bin ich los da ist das Hackending schnell eine andere Karre eine andere Karre boah das ist doch Fickt euch doch ihr Dreck Bullenköpfe auch da ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterher geschickt ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterher geschickt das ist das tolle an Bieren sie verbreiten sich und kontrollieren sie verbreiten sich und kontrollieren die Bullen kommt mich hier hinten irgendwo raus Oh bitte, bitte lass mir hier hinten oben raus Scheiße Die Klappe, Junge Wo ist das Hecken? Wo ist ich hinten? Links! Da, ich glaub Oder? Oder? Da ist das Zombie, da hinten Irgendwo da hinten war's Alter, die sind doch nicht mehr sauber Gott, Leute Also ich möchte mal wissen Von euch bitte, wer hat die Mission auch schon gespielt? Und wie habt ihr euch hier verhalten? Das ist doch mal, also Lockhouse was anderes Ja, das hab ich auch gemerkt, oh meine Karre ist schon fast kaputt Sofort, anhalten! Sofort, ein Treffer! Sie nehmen mich auf die Hörner, passt auf! Ziehen Sie hier auf und fahren Sie sofort ran Eins, sofort! Jetzt schnapp ich hier Der Dächtige sind bei Jungen in der Regel Sieh nur wie effektiv unsere digitale Stadt nicht zur Strecke bringt Das ist der Dächtige verbaut Ich bin nervös Scheiße, ich bin nervös Fuck her Mann Nee Jetzt muss ich nur noch ein Ziel machen oder was? Das war doch unschaffbar gerade. Auf mich zu bremsen, konzentriere dich nur auf einen auf. Halt doch einfach mal deine dreckige Fresse. Oh Mann. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtnis wieder hergeschickt. Da. Rapp. 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 Warte, kein Lassen, er redet. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Geniale Verteidigung ist der beste Angriff. Bitte lass es jetzt das letzte Ding sein, Alter. Ich weiß hier langsam nicht mehr weiter. Oh mein Gott! Wusstest du, dass die meisten Menschen, dass sie die OS auf Umfragen dürfen, sicher halten? Das ist eine gute Bär. Mal sehen, wie die das schönreden. Mach's dir nicht so schwer, Mann! Das Verdächtige ist von oben nicht zu sehen. Informier die Jungs unten. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Jetzt das Feuer! So, ich muss jetzt die fucking Typen noch abschalten und dann habe ich's. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch echt geil. Ich bin froh, Mann! Ist das ein Mann, Alter? Es ist kein Mann, Alter! Boah. Fuck, ey. Ich will die Bullen loswerden, bitte. Alter Schwede, ey. Erledigt, deine Viren sind drin. Okay, dann gehts los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht ausreden. Und wenn wir Glück haben und ich so krug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht. Gott. CTOS ausmachen. Nichts leichter als das, ja. Jetzt kann ich ja auch die Navi wieder anschalten, ne? Ich nehme jetzt einfach die Ranzkarre. Weil ich eh wieder alles kaputt fahre hier. Aber Leute, wie krass. Krass. Was war das gerade, ey? Boah, was eine Fahrt, ey. Natürlich nicht reibungs... Oh! Oh Gott, die habe ich platt gemacht. Äh... Nicht reibungslos. Aber das... Das... Ne. Also vor allem fehlen mir die Worte. Also... Action-technisch war das mit die actionreichste Mission an sich bisher, die ich jetzt hier in der Kampagne je hatte. Ja, noch ein paar mehr von den Dingern und die Kampagne wäre wesentlich interessanter gewesen. Sie ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber so dieser Nervenkitzel, der fehlt zwischendurch auch oft. Und das ist dann irgendwie so plump. So, ach ja, okay, jetzt mal gucken. Okay, die Musik ist dramatisch. Ich will einfach die, äh... Kacke auf euch wirken lassen hier. Ich bin nämlich zum falschen Eingang gelaufen. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Guck mal, da steht... Fuck you! Kann ich ahnen, dass hier 5 Milliarden Eingänge sind? Los... Meine Güte! So... Enden, jetzt warte. Wir sind der Fall. Wir haben dich beobachtet. Wir wisst, was du tust. Du durchtrennst die CTOS-Seitungen. Genieß die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unser Code im CTOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert derzeit die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watch Dogs sein. Nein. Davon hab ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Okay. Da scheint ja endgültig wirklich hier ein Ende so mit sich zu tragen. Gerade glaube ich. Das muss so. Das kann nicht anders. Das kann so. Dann kann der so. Und der noch so. Und dann ist das Ding offen. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann Tibo das ganze System reboot. Das hält Demian auf. Ich finde ihn. Ab geht's. Ab geht's. BAM! Und nun? BAM! Fuck, Alter. Reichen sie Damien mit einem Boot. Okay. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück. Und Clara? Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen Lina zu töten. Du weißt, dass es stimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwurf für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhiel, als ich die Chance hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem. Ich greife ein. Oh ja. Dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. So ist der Typ überhaupt. Auf einer Insel? Der einzige Ort mit Strom. Das ist Daniel. Was ist denn für gef 거예요? Und ich habe viele Dinge. Dass die Waffe fährt. Dann geht das noch gar nicht. Wenn wir hier herankommen. Kacke, ich hatte gedacht. Ja, ich hatte gedacht. Aber das klappt so nicht. Das ist anscheinend echt hier drüben lang. Na los, Aiden. Kannst du mir nicht sagen, wo wir lang müssen? Ah, hier Außenseite oder was? Ja, tatsächlich. Hier ist ja wahrscheinlich auch ein Steg. Och, leck mich. Und ich wollte da in Geheimniskrämerei eindringen. Naja. Denn halt so. Direkt schön über die Vordertür. Macht natürlich Sinn. Aber es war ewig jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. Okay, weißt du, du bist hier oben oben. Noch höher? Noch höher? Alter. Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla, bla, bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Ach du Scheiße. Oh, ihr seid ja lustig. Wisst ihr, ihr beide nehmt alles zu persönlich. Das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt hier was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auf. Gib her. Na komm, gib her. Jawohl. Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur... Aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück. Bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich. Um zu enttönen. Zu beschützen. Und wenn nötig. Zu bestrafen. Das war's. Liebe Leute. Das war... Watch Dogs. Bürgermeister Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtenspekte. Und? Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord? Oder wurde er exekutiert? Okay. Also. Hier werden vielleicht jetzt gleich noch einige Nachrichten kommen. Ich, liebe Leute, danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt die komplette Kampagne verfolgen können. Und sehen können, wie viel Mühe sie sich doch gegeben haben. Und es ist echt eine gute Storyline an sich, sich das auszudenken. Gut gemacht. Gut gemachtes Spiel. Von Multiplayer. Doch etwas. Letiz lässt doch etwas zu wünschen übrig. Und, äh. Ja. Wie gesagt. Ich bin froh, dass ich euch vielleicht da ein bisschen unterhalten konnte mit dem Projekt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei meinen nächsten Projekten auch wieder mit zuschaut. Mit unseren Lieben verbringen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinen anderen Let's Plays. Bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Ganshot. Ich bin froh, dass du kommst. Eins, zwei, drei. Warte. Scheiße. Ich wusste es. Ist das jetzt zu Ende? Klappe zu, haffe tot. Ich wusste, dass du kommst. Kerle, wie wir wissen, Ivan genug ist. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Oh, fuck, Mann. Es gibt keinen Letzten. Jetzt bist du dran. Ich hab dich gewarnt. Meister. Diese Kerle sind anders als alles, was du kennst. Du... Du glaubst, es ist vorbei? Nein. Aber jetzt können sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt. Verstanden? Wir sind beide erledigt. Erschieß mich, verdammt. Mach schon. Hä? Dann kannst du besser schlafen. Tümmt ist der Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker. Ja, ich verdiene es. Aber es wird nichts ändern. Okay. Ich werde... Es wird sich nie ändern. Ich bin eigentlich dazu geneigt, ihn nicht zu erschießen. Eins. Wir sind eh fertig. Drei. Fünf. Eins, zwei, drei, fünf. Ich wusste es. Was hat der? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Ich habe mich anders entschieden gehabt. Gut, das wäre dann jetzt aber das richtige Ende Wo wir es noch erschießen können Läuft Musik Meine Absprache hatte ich schon gehalten Von daher Würde ich sagen Macht's gut Ich tanze gerade ein bisschen Bis dahin Bis dahin